Mein Name ist Markus Ulbich und ich arbeite als Senior Manager bei der Thilia GmbH. In der Zusammenarbeit ist für mich und für uns das Netzwerk ganz besonders wichtig. Die Vorteile von Tragwerk sind die gute Vernetzung und die an der Zielstellung orientierte Arbeit. Wir arbeiten hier in der Region insbesondere an der Themenstellung Strukturwandel. Die Städte, die Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen, eine Zukunftsperspektive zu bekommen. Und an dieser Themenstellung arbeiten wir und da begleiten wir die Kommunen auch. Das Tragwerk durch die Person Christoph Scholze hat exzellente Kontakte im Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft, aber auch der Politik. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen, diskutieren über die Herausforderungen, die vor uns liegen und versuchen dann immer ziemlich schnell auch einen Lösungspfad aufzuzeigen. Tragwerk hat exzellente Kontakte zu den Bürgermeistern, zu den Gemeinderäten, auch hier in der Region. Und diese Bekanntheit auf der einen Seite und das Know-how von uns, von Thilia, auf der anderen Seite haben sehr gut zusammengepasst und sind eine solide Basis. Zusammenarbeit mit Tragwerk kann man durchaus weiterempfehlen, weil das Know-how und auch das Netzwerk, welches bei Tragwerk vorhanden ist, eine gute Voraussetzung ist, um Herausforderungen gerade im Strukturwandel zu bewältigen. Die Zusammenarbeit mit Tragwerk läuft und wir sehen da noch Ausbaupotenzial, weil die Herausforderungen hier in der Region sind so bemerkenswert, dass es da durchaus noch Steigerungen geben wird.